Musik Das Wirtschaftsministerium, der Freiherr Karl Theodor zu Guttenberg, hat erklärt, wo es lang gehen soll mit Schwarz-Gelb. Sein industriepolitisches Grundsatzpapier ist die Blaupause für Schwarz-Gelb. Abschaffung und Senkung der wenigen Mindestlöhne, Lockerung des Kündigungsschutzes, Erhöhung der Mehrwertsteuer. Als er dabei bei dieser Blaupause für Schwarz-Gelb ertappt wurde, hat er gesagt, erst das sei überholt und zweitens blanker Unsinn. Jetzt stellt sich raus, es ist weder überholt noch blanker Unsinn. Es ist das Grundsatzprogramm von CDU, CSU von 2007, was die Beamten des Wirtschaftsministeriums einfach umgesetzt haben. Alle Dementis zum Trotz, Schwarz-Gelb, das hieße in diesem Lande nicht nur Vermehrung der Radioaktivität durch mehr Atommüll. Schwarz-Gelb in diesem Lande, das wäre die Aufkündigung der Solidarität in dieser Gesellschaft, ein Kurs der Umverteilung von unten nach oben. Genau das, was uns in diese Krise geführt hat. Deswegen heißt es heute, Kampf verhindert Schwarz-Gelb. Wir Grünen können das schaffen, wir drehen das.